Der heutige Vortrag wurde verfasst von Herrn Dr. Alfred Weil und gelesen von Cornelia Paltins. Der Buddha über Eltern und Kinder Mensch sein heißt, in Beziehungen zu anderen Menschen stehen, zu Verwandten, Partnern und Freunden, zu Berufskollegen und Gleichgesinnten. Manchen solcher Beziehungen kann man sich entziehen, einer nie ganz. Der von Eltern und Kind Wie sollte die Idealbeziehung zwischen beiden aussehen? Hören Sie dazu Worte des Buddha und einige Bemerkungen zum besseren Verständnis. Empfängnis Die Empfängnis eines Embryos im Schoß findet statt, wenn drei Dinge zusammenkommen. Wenn die Vereinigung von Vater und Mutter stattfindet, aber die Mutter nicht ihre fruchtbaren Tage hat und das Wesen, das wiedergeboren werden soll, nicht anwesend ist, Wenn die Vereinigung von Vater und Mutter stattfindet, aber das Wesen, das wiedergeboren werden soll, nicht anwesend ist, Auch in diesem Fall gibt es keine Empfängnis. Aber wenn die Vereinigung von Vater und Mutter stattfindet und die Mutter ihre fruchtbaren Tage hat und das Wesen, das wiedergeboren werden soll, anwesend ist, In diesem Fall findet eine Empfängnis durch das Zusammenkommen dieser drei Dinge statt. Für naturwissenschaftlich orientierte Menschen klingt das irritierend. Kinder werden von ihren Eltern nicht gezeugt, sondern lediglich empfangen. Wohl bilden Ei- und Samenzelle die materielle Grundlage für den sich heranbildenden Körper des Kindes. Doch es selbst existiert bereits als jenseitiges Wesen und strebt lediglich nach einer erneuten Geburt. Sein Verlangen nach menschlicher Existenz und seine schon vorhandenen Charakterzüge bestimmen die Umstände, unter denen sie sich vollzieht. Vater, Mutter und Kind bilden dann für eine begrenzte Zeit eine Art Schicksalsgemeinschaft, in die sie ihr eigenes Tun und Lassen, ihr Karma, so der Buddha, geführt hat. Dankbarkeit Zweien, sage ich, kann man das Gute schwerlich vergelten. Welchen Zweien? Vater und Mutter. Sollte man gar imstande sein, auf einer Schulter seine Mutter zu tragen und auf der anderen Schulter seinen Vater, und dabei hundert Jahre alt werden, hundert Jahre am Leben bleiben, ihnen dabei mit Salben, Kneten, Baden und Gliederreiben aufwarten, und sollten jene dabei sogar ihre Notdurft verrichten, nicht genug hätte man für seine Eltern getan, hätte noch nicht das Gute vergolten. Und sollte man seinen Eltern selbst die Oberherrschaft über die weite Erde übertragen, der an den sieben Schätzen reichen, nicht genug hätte man für seine Eltern getan, hätte noch nicht das Gute vergolten. Aus welchem Grunde aber? Gar viel tun die Eltern für ihre Kinder, sind ihre Erhalter und Ernährer, zeigen ihnen diese Welt. Wer aber seine Eltern, wenn sie kein Vertrauen zum Buddha haben, zum Vertrauen anspornt, sie darin bestärkt und festigt. Wenn sie sittenlos sind, sie zur Sittlichkeit anspornt, sie darin bestärkt und festigt. Wenn sie geizig sind, sie zur Freigebigkeit anspornt, sie darin bestärkt und festigt. Wenn sie unwissend sind, sie zum Wissenserwerb anspornt, sie darin bestärkt und festigt. Der hat wahrlich genug für seine Eltern getan, hat ihnen das Gute vergolten, ja mehr als vergolten. Nur schwerlich kann man das Gute vergelten, das man von seinen Eltern erfährt. Es geht um Mütter und Väter, die ihre Rolle auch tatsächlich erfüllen, die sich uneingeschränkt und aufopfernd um das Wohlergehen ihrer Sprösslinge kümmern. Und das über viele Jahre hinweg und ohne Rücksicht auf die eigenen Interessen. Kein Säugling bekommt mit, wie oft Mutter und Vater in den ersten Lebensmonaten auf Schlaf verzichten, um zur rechten Zeit Hunger zu stillen, Krankheit zu bekämpfen und schlechte Träume zu vertreiben. Die Stunden bleiben ungezählt, in denen gewaschen und gewickelt, beruhigt und getröstet wird. Und später erscheint alles selbstverständlich. Das Taschengeld und die neue Hose, das eigene Handy und der Urlaub, die Hobbys und die Ausbildung, Essen, Schlafen und Taxiservice ohnehin. So viel steht fest. Kein Überleben ohne die ältere Generation. Selbst wenn sie sich unter Umständen weniger um die Stammhalter kümmert oder kümmern kann. Aber wer ist sich selbst dann dessen wirklich bewusst, was ihm vom ersten Schrei bei der Geburt bis zum Abiturszeugnis und darüber hinaus alles zuteil wurde? Wer empfindet dabei spontan Dankbarkeit und wem ist es ein Bedürfnis, sie zum Ausdruck zu bringen? Die Worte des Buddha sind an dieser Stelle ziemlich nachdrücklich, um das gewöhnliche Missverhältnis zwischen Nehmen und Zurückgeben deutlich zu machen. Dabei liegt die beste Möglichkeit, sich zu revanchieren, jenseits aller materiellen Wiedergutmachung oder Unterstützung bei beschwerlichen Alltagsdingen. Sie besteht darin, für seine Eltern in spirituellen Fragen Inspiration und Vorbild zu sein, sie auf die tieferen Seiten des Lebens aufmerksam zu machen, wenn sie keinen Blick dafür haben. Rollentausch Fünffach ist die Art, wie ein Sohn den Eltern entgegenkommen soll. Erhalten von ihnen werde ich sie erhalten, ihre Arbeit werde ich verrichten. Der häuslichen Überlieferung werde ich treu bleiben, ihr Erbe werde ich antreten. Und wenn sie wohl einst dahingegangen, verstorben sind, werde ich die Spenden darbringen. Ist also auf fünffache Weise der Sohn den Eltern entgegengekommen, so nehmen sie sich auf fünffache Weise des Sohnes an. Vor Schlechtem wehren sie ab, zum Guten lenken sie hin, zu einem Beruf erziehen sie ihn, eine geeignete Gattin führen sie ihm zu, bei Zeiten lassen sie ihm das Erbe zukommen. Ist also auf fünffache Weise der Sohn den Eltern entgegengekommen, so nehmen sie sich also auf fünffache Weise des Sohnes an. Solidarität der Generationen nennt man es heute, was der Buddha hier anspricht. Die Älteren sorgen in ihren besten Jahren dafür, dass die Jungen ihren Weg ins Leben finden und irgendwann auf eigenen Beinen stehen, so wie es bei ihnen selbst auch war. Aber diese Fürsorge darf keine Einbahnstraße sein. Irgendwann werden die Eltern nämlich selbst wieder wie Kinder, im fast wörtlichen oder im übertragenen Sinn. Jetzt sind die Jungen dran. Sie sind es, die nun Verantwortung übernehmen und für diejenigen sorgen, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr können. Einkaufen, weil die Taschen auf der langen Treppe inzwischen zu schwer sind und Transporte, weil die Beine nicht mehr wollen. Der Kampf mit Behörden, Formularen und technischen Einrichtungen, weil die Welt von heute zu kompliziert und undurchschaubar geworden ist. Hilfe bei Geldangelegenheiten, wo der Überblick verloren gegangen ist und Entscheidungen ohne Rat nicht zu treffen sind. Aber der Buddha ist kein Sozialpolitiker, sondern ein spiritueller Lehrer. Deshalb kehrt er in seiner Darstellung die Reihenfolge um. Erst kümmern sich die Jüngeren um die Älteren, dann die Älteren um die Jüngeren. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn wir nicht allein dieses eine, das jetzige Leben im Auge haben. Und der Buddha versichert, dass uns noch viele künftige Leben bevorstehen. Unser gegenwärtiges Handeln legt den Grundstein für die nähere wie die fernere Zukunft. Wenn wir uns für ein nächstes Dasein vollendete Eltern wünschen, müssen wir uns heute an diesem Ideal orientieren und es selbst zu realisieren versuchen. Zank und Streit Mit Sinnesvergnügen als Ursache, Sinnesvergnügen als Quelle, Sinnesvergnügen als Grundlage, weil die Ursache davon schlicht Sinnesvergnügen sind, streiten Könige mit Königen, Adelige mit Adeligen, Brachmanen mit Brachmanen, Haushälter mit Haushältern. Die Mutter streitet mit dem Kind, das Kind mit der Mutter, der Vater mit dem Kind, das Kind mit dem Vater. Der Bruder mit der Schwester, die Schwester mit dem Bruder, der Freund mit dem Freund. Haben wollen und sein wollen, Konsumwahn und Markenfetischismus. Diese Schlagworte der modernen Gesellschaft sind uns vertraut. Aber immer häufiger prägt das materialistische Denken auch die intimeren Bereiche des menschlichen Zusammenlebens. Auf die eigenen Interessen fixiert sein und sie ohne Rücksicht durchsetzen ist dann die Maxime. Die Blindheit hinsichtlich der Anliegen der anderen nimmt zu. Das Gemeinsame, Verbindende bleibt dagegen auf der Strecke. Und die sichtbaren Symptome davon? Man ist dauernd unterwegs, jeder hat seine Zeit für die Mahlzeiten, in der Wohnung laufen gleichzeitig drei Fernsehgeräte mit unterschiedlichen Programmen, Kommunikation wird rudimentär. Oder die Spannungen untereinander werden größer und irgendwann unerträglich. Statt Rückzugsort und Kraftzentrum wird die Familie selbst zum Stressfaktor und Kampfplatz. Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter. Nicht ist ein Wesen zu finden, dass nicht früher einmal Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter gewesen wäre, während dieser langen Zeit. Warum das? Unbekannten anfangs ist dieser Umlauf der Geburten. Nicht kennt man einen ersten Beginn bei den Wesen, die in dem Hemmnis des Nichtwissens, in der Fessel des Durstes gefangen, von Geburt zu Geburt umherwandern und umherlaufen. Wir haben keine Ahnung, wie begrenzt unser Blick für die Realität ist. Sicher, über unsere jetzige Familie können wir ein Lied mit vielen Strophen singen. Ein Loblied vielleicht oder ein Trauergesang, je nachdem. Wahrscheinlich mischen sich schrille und harmonische Töne. Aber all das ist nur eine Momentaufnahme, gemessen an der anfanglosen Reihe von Erfahrungen, die wir aus buddhistischer Sicht in vorangegangenen Leben in den unterschiedlichsten Rollen gemacht haben. Als Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter, Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter und so weiter. Die Zahl unserer vergangenen Eltern-Kind-Beziehungen ist nicht nennbar und das, was wir seit anfanglosen Zeiten an Schönem erlebt und an Belastendem erlitten haben, nicht in Worte zu fassen. Ist das nicht Anlass genug, einmal noch gründlicher über unser Leben und seine Ausrichtung nachzudenken? Wie lange wollen wir eigentlich noch in immer dieselben Rollen schlüpfen und sie mehr oder weniger gut spielen? Gibt es einen Frieden, der über das gute zwischenmenschliche Zusammenleben hinausgeht? Ja, der Buddha hat ihn entdeckt und in sich selbst verwirklicht und er wurde es nicht müde, einen gangbaren Weg in die Freiheit und zur völligen Unverletzbarkeit zu zeigen. Wir verabschieden uns mit dem Gruß, mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden.